. Eine Viertelumdrehung nach rechts. Eine Viertelumdrehung zur Rückenansicht. Eine Viertelumdrehung nach rechts. Und zur Frontansicht. . 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 Dankeschön, meine Herren. Fronten-Sicht annehmen, bitte. 186, bitte die Frontposition einnehmen. Frontposition einnehmen. Nach vorne drehen, bitte. Dankeschön. Eine Viertelumdrehung nach rechts. Eine Viertelumdrehung zur Rückenansicht. Eine Viertelumdrehung nach rechts. Und zur Frontansicht. Dankeschön, meine Herren. Wir kommen zum ersten Vergleich der Kampfrichter. Die Stadtnummer 186. 192. 194. 195. 197. und 198. Und nur die Luft auf. Genau. Druck. Die Frontposition einnehmen. Stadtnummer 195. Nach vorne drehen. Dankeschön. Eine Viertelumdrehung nach rechts. Eine Viertelumdrehung nach rechts. Eine Viertelumdrehung zur Rückenansicht. Und richtig. Eine Viertelumdrehung nach rechts. Und zur Frontansicht. Und zur Frontansicht. Vollmächtig. 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 Jawoll. Luft raus. Luft raus. Luft raus. Dankeschön, meine Herren. So, Julian, die haben sich vertagt. Gib Vollgas, ja? So, wir haben noch einen Vierer-Vergleich. Und zwar die Stadtnummer 187. Die Viertelumdrehung. 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 Eine Viertelumdrehung nach rechts und zur Frontansicht. Dankeschön meine Herren. Eine Viertelumdrehung nach rechts und zur Frontansicht. Auf eine Linie bitte nochmal aufstellen. Das war das Semifinale der Mansphysik-Klasse 1, der stärksten Klasse heute der Mansphysik-Klasse 6.